Hallo und willkommen zum Bossguide von Mimiron. Der Kampf besteht aus vier Phasen und hat einen optionalen Hardmode. Ihr benötigt im 10er sowie im 25er einen Tank. In Phase 1 kämpft ihr gegen die Beine des Bosses, welche dem Flammenleviathan ähneln und wie einem Panzer aussehen. Getankt werden sie in der Mitte des Raumes. Der Raid verteilt sich um sie herum. Mit seiner ersten Fähigkeit, bewegungsempfindliche Minen, lässt er um sich herum Minen fallen, in welche ihr auf keinen Fall reintreten solltet, da ihr sonst enorm Schaden erleidet. Des Weiteren trifft er mit seinen Brandbomben einen zufälligen Spieler und macht Schaden an euch und nahen Spielern und hinterlässt einen Schaden über Zeiteffekt. Fernkämpfer werden hier allerdings priorisiert. Stellt euch deshalb weit genug voneinander weg. Seine dritte Fähigkeit, Plasma-Eruption, trifft den Tank und macht massiven Zauberfeuerschaden. Zieht hier gerne einen Cooldown, der euch schadenstechnisch etwas entlastet oder lasst euch eine Schmerzunterdrückung von eurem Diszi-Priester geben. Das ist die härteste Fähigkeit, welche den Tank hier treffen kann. Danach macht er direkt seinen Schockschlag, welcher 4 Sekunden Zauberzeit hat und anschließend alle Spieler, welche sich im Radius von 15 Meter befinden, mit ca. 100.000 Naturschaden trifft. Hier sofort wegrennen, andernfalls liegt ihr direkt im Dreck. Passt beim Weglaufen unbedingt auf die Minen am Boden auf. Wenn ihr den Panzer auf 0% gebracht habt, beginnt Phase 2. Nun erscheint seine Roboterbrust, welche sich immer stationär in der Mitte des Raumes befindet. Er macht in dieser Phase keine Nahkampfschaden, dafür ballert er konstant mit rapide Wucht um sich und trifft mit diesen mehrere zufällige Ziele, welche sich in derselben Richtung befinden. Deshalb steht auch hier der Raid verteilt um den Boss. Des Weiteren feuert er Hitzewelle ab, welche am kompletten Schlagzug Feuerschaden anrichtet. Sie hinterlässt zudem einen Schaden-über-Zeiteffekt. Seine dritte Fähigkeit nennt sich Raketenschlag. Wann immer ihr einen roten Kreis unter euch seht, lauft sofort heraus. Hier schlägt eine Rakete ein, welche massiven Schaden anrichtet. Seine vierte und letzte Fähigkeit nennt sich Lasersalve. Dabei stoppt er den konstanten Beschuss von rapide Wucht. Jetzt dreht er sich für ca. 4 Sekunden und bleibt dann stehen. In die Richtung, in welche er schaut, castet er seine Lasersalve und fängt dann an sich zu drehen. Rennt hier so schnell es geht davon. Phase 2 ist mit Abstand die heilintensivste Phase. Ballert hier als Heiler was geht und zieht am besten Kampfrausch. Phase 3 wird dann etwas entspannter. Wenn ihr auch die Brust besiegt habt, springt Mimiron in seinen Helikopterkopf und Phase 3, die Add-Phase beginnt. Sammelt euch nun auf einer Seite. Nahkämpfer können hierbei keinen direkten Schaden machen. Getankt wird der Boss am besten von einem Dämonologie-Hexer, zweck Seelenverbindungen und sengender Schmerz. Es würden aber auch im Zweifel ein Schattenpriester oder ein Gleichgewichtstruide funktionieren. Der Tank bekommt konstant seine Plasmakugel ab, was einiges an Schaden verursacht. Währenddessen die Fernkämpfer Schaden auf den Kopf machen, erscheinen in regelmäßigen Abständen Ads. Die gefährlichsten davon sind Bombbots. Sie werden direkt unter dem Boss abgesetzt. Sie sollten sofort von einem Todesritter-Tank mit eisiger Berührung auf die Seite gezogen werden. Haltet so gut es geht Abstand. Beim Tod explodieren sie und machen massiven Schaden. Teilt hierfür am besten feste Spieler ein, welche sich priorisiert um sie kümmern. Vor allem zwei, drei Fernkämpfer, welche die letzten Lebenspunkte runterknallen, sodass die Nahkämpfer frühzeitig wegkommen. Hinzu kommen Schrottbots, welche allerdings kein Problem darstellen sollten. Tankt sie einfach mit und lasst sie nebenbei umkliefen. Sie erscheinen aus den grünen Strahlen. Die letzten Ads sind die Angriffspots. Diese spawnen aus den roten Strahlen, sind größer als die anderen, haben mit Abstand am meisten Leben und machen enormen Schaden. Außerdem können sie mit Magnetfeld ihr Ziel unbeweglich machen, was allerdings gereinigt werden kann. Kaltet sie am besten etwas durch den Raum, währenddessen eure Nahkämpfer Schaden verursachen. Hierbei bietet sich ebenfalls ein Todesritter-Tank an, wobei das natürlich auch mit anderem funktioniert. Wenn sie sterben, lassen sie einen magnetischen Kern fallen. Wenn ihr diesen direkt unter dem Boss aktiviert, stützt er für 10 Sekunden ab und kann von Nahkämpfern erreicht werden. Zusätzlich bekommt er 50% mehr Schaden. Zündet direkt zwei Kerne nacheinander, um den Phasenwechsel entspannter zu gestalten. Teilt am besten einen festen Spieler ein, der die magnetischen Kerne lootet und aktiviert. Wenn ihr auch diesen besiegt habt, beginnt die vierte und letzte Phase. Hierbei baut Mimiron alle Teile zusammen und kämpft als großer Roboter gegen euch. Alle drei Teile haben nur um 50% ihrer ursprünglichen Gesundheit, können parallel angegriffen werden und müssen innerhalb 10 Sekunden gleichzeitig fallen. Ansonsten reparieren sie sich. Tankt sie mittig im Raum und verteilt euch um 360 Grad um ihn herum. Der Hexer aus Phase 3 tankt wieder den Kopf und bekommt wieder seine Plasmakugeln ab. Fernkämpfer priorisieren den Kopf, schwenken aber natürlich je nach Leben auf die anderen Teile um. Multidots oder andere Flächenschadenfähigkeiten sollten immer aktiv sein, um so viel Schaden wie möglich rauszuholen. Sollte sich ein Teil auf 15% oder weniger befinden, dann passt auf, dass es nicht frühzeitig zerstört wird. Seine Fähigkeiten sind aus den vorherigen Phasen bekannt, allerdings erscheinen keine Ads mehr. Nahkämpfer passen weiterhin auf die Minen auf, welche wieder in regelmäßigen Abständen vom Boss fallen gelassen werden. Auch die Raketenschläge werden wieder aktiv. Sollte sich ein roter Strahl bzw. Kreis unter euch befinden, müsst ihr sofort raus. Zudem bekommt ihr Handpuls ab, welcher Zauberfeuerschaden an einem zufälligen Ziel und an allen, welche zwischen dem Zaubernden und dem Opferstehen anrichtet. Steht deshalb verteilt um den Boss. Es erwartet euch nun auch wieder seinen Schockschlag, welcher für 4 Sekunden aufgeladen wird und anschließend an allen Nahkämpfern 100.000 Naturschaden anrichtet. Auch hierbei wieder sofort raus. Auch Lasersalve ist wieder aktiv, bei welcher er stehen bleibt und in eine Richtung schaut, anschließend den Beschuss startet und sich dann dreht. Rentier so schnell es geht weg. Wenn ihr das alles beachtet, liegt Mimiron auch schon im Dreck. Wenn ihr den Hardmode angehen wollt, müsst ihr den großen roten Knopf hinter ihm drücken. Dieser zählt zu den schwierigsten in ganz Ulduar. Spielt am besten in den ersten Versuchen mit 6 Heilern. Schaut, dass jede Gruppe mindestens einen zugeordneten Heiler hat und gebt diesen ein Zeichen über den Kopf. So weiß jeder Spieler, bei welchem Heiler er sich aufhalten muss. Drückt ihr also den Knopf, bekommt der Boss in jeder Phase sowie alle Ads aus Phase 3 mehr Schaden und Leben und der Endrage-Timer wird aktiviert, welcher den Raid nach 10 Minuten in die Luft fliegen lässt. Hinzu kommt die neue Fähigkeit Wandernde Flammen. In regelmäßigen Abständen erscheinen 3 Flammen auf dem Boden, welchen dem nächsten Spieler folgen. Ihr könnt diese kiten und somit etwas kontrollieren. Die Flammen fügen allen Spielern, welche darin stehen, jede Sekunde Feuerschaden zu. Teilt hierfür in den ersten beiden Phasen Spieler ein, welche diese kontrollieren und versuchen in einem Bereich des Raumes die Flammen zu kiten, sodass sie so wenig wie möglich euren Raidmitgliedern in die Quere kommen. Es gibt eine maximale Anzahl an Flammen, wenn diese erreicht ist, erscheinen keine neuen mehr. Sie werden allerdings von verschiedenen Mechaniken des Boss teilweise gelöscht. Sammelt euch am Anfang nach dem Aktivieren des roten Knopfes, sodass ihr es leichter habt, das Feuer zu kontrollieren. Lasst das in dieser Phase am besten einen Spieler, wie zum Beispiel einen Jäger macht. Steht trotzdem etwas verteilt und stackt nicht wegen den Brandbomben. Steht außerdem nicht vor ihm. Wenn ihr dem Boss etwas abseits tankt, ist sein Schockschlag weniger effektiv, da er dank der Wand weniger Leute treffen kann. Nach 55 Sekunden in Phase 1 werden die Flammen gelöscht. Dadurch wird allerdings auch die Zauberzeit aller Spieler für 8 Sekunden um 50% verringert. Haut jetzt dem Boss am besten so schnell es geht um. Sammelt euch im Phasenwechsel, sodass die neuen Flammen wieder relativ gebündelt erscheinen. Am besten dort, wo schon Feuer ist, sodass sich diese alle auf einem Abschnitt des Raumes befinden. Dadurch hat der Kiter es leichter, die Flammen einzusammeln. Sobald der Boss erscheint, bewegt ihr euch weg. Diesmal werden die Flammen von eurem Tank gekitet, da ihr diesen in Phase 2 nicht benötigt. Teilt nun den Raum in drei Drittel ein und sprecht ab, wo er steht und vor allem welche Heiler welche Gruppe heilt. In dieser Phase nennt sich seine neue Hartmordfähigkeit Frostbombe. Hierbei wirft er in regelmäßigen Abständen eine Frostbombe ins Feuer. Sie explodiert nach ca. 10 Sekunden und macht in einem relativ großen Radius extrem viel Schaden. Dabei löscht sie allerdings auch nahegelegene Flammen. Rennt hier unbedingt so schnell es geht weg. Ihr könnt dort in dieser Phase Kampfrausch ziehen. Das bietet sich vor allem für die ersten Versuche an. Im Regelnfall benötigt ihr diesen allerdings in der letzten Phase. Wenn ihr nun den Boss auf 0% habt, beginnt die dritte Phase. Sammelt euch hierfür relativ nahe am Boss und bewegt euch die Phase als kompletter Raid. Vermutlich seid ihr jetzt schon nah an der maximalen Anzahl der Flammen, sodass nur noch gelöschte nachkommen. Diese müssen allerdings trotzdem ausgewichen werden. Neben den bekannten Ads erscheinen im Hardmode Notfallfeuer-Bots. Diese haben eine Fähigkeit, mit welcher sie alle nahen Spieler zum Schweigen bringen. Caster müssen hier Abstand halten. Des Weiteren machen sie mit Wassersprühen in einem kegelförmigen Bereich vor ihnen enormen Schaden. Die Fähigkeit hat den Nebeneffekt, dass sie die Flammen am Boden löscht. Tötet die Notfallfeuer-Bots so schnell es geht. Hebt euch hier unbedingt zwei magnetische Kerne auf einmal auf, sodass ihr den Boss direkt zweimal nacheinander auf den Boden zwingt und vor allem die 50% mehr Schaden auslösen könnt. Wenn auch dieser im Dreck liegt, baut er sich zusammen. Sammelt euch in der Zwischenphase. Auch in Phase 4 spawnen die Frostbomben. Diesen muss unbedingt ausgewichen werden. Bewegt euch wieder so gut es geht zusammen als Raid und vor allem in euren Gruppen. Tankt den Boss, falls möglich, in der Mitte des Raumes. Sollte euch Feuer in die Quere kommen, zieht ihn natürlich raus. Bleibt unbedingt bei euren eingeteilten Heilern. Die Heiler hier gut einzuteilen, ist das A und O. Achtet unbedingt auf alle seine Fähigkeiten und bringt vor allem alle drei Boss-Teile gleichzeitig down. Andernfalls werden sie geheilt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. Außerdem ein herzliches Dankeschön an alle YouTube-Mitglieder. Für nur 99 Cent könnt ihr uns hierbei supporten. Link gibt's in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.